Stell dir vor, du planst einen Wochenendausflug mit deinen Freuden. Wie geht dir vor? Vielleicht legt ihr zuerst fest, wo ihr hinwollt, also das Ziel. Dann entscheidet ihr mit welchem Verkehrsmittel ihr fahrt, also die Mittel. Und schliesslich plant ihr detailliert, wann und wo ihr euch trefft und welche Sachen ihr mitnehmt, also die Massnahmen. Ähnlich funktioniert dies auch in der Geschäftswelt, speziell beim Unternehmenskonzept. Für Unternehmen wie den Bioladen Frisch und Grün ist es essentiell, ein solides Konzept zu haben, um erfolgreich zu sein. Das Unternehmenskonzept beschreibt, wenn ein Unternehmen seine Ziele erreichen wird. Es besteht aus drei Stufen. Da wären zuerst die Ziele. Hier legt das Unternehmen fest, was es erreichen wird. Wichtig dabei ist, dass die Ziele klar und messbar sind. Ein hilfreiches Tool dabei ist die sogenannte SMART-Methode. Hierfür gibt es ein eigenes Video, aber kurz erklärt. Es steht für spezifisch. Das Ziel ist also klar definiert. M steht für messbar. Der Fortschritt kann überwacht werden. A für aktionsorientiert. Es ist klar, was getan werden muss. R für relevant und realistisch. Das Ziel ist wichtig für das Unternehmen. Und T für terminiert. Es gibt einen klaren Zeitrahmen. Die Mittel. Hier werden die Ressourcen und Werkzeuge beschrieben, die das Unternehmen nutzen wird, um seine Ziele zu erreichen. Und die Massnahmen. Dies sind konkrete Schritte oder Aktionen, die das Unternehmen unternimmt, um seine Ziele mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu erreichen. Schauen wir uns Beispiele an. Die Ziele. Frisch und Grün setzt sich das Ziel, den Umsatz in den nächsten 12 Monaten um 15% zu steigen. Sie ist also spezifisch und messbar innerhalb eines Jahres. Die Mittel. Um das zu erreichen, investiert Frisch und Grün in Online-Marketing und erweitert das Sortiment um gefragte Bioprodukte. Und die Massnahmen. Frisch und Grün startet eine Online-Werbekampagne, organisiert monatliche Veranstaltungen im Laden und baut eine Partnerschaft mit lokalen Biobauern auf. Zusammenfassung. Ein gut durchdachtes Unternehmenskonzept ist wie eine Landkarte für das Unternehmen. Es hilft, den richtigen Weg von einem Punkt zum anderen zu finden, auch wenn Hindernisse auftreten. Durch klare, mit der SMART-Methode definierte Ziele, geeignete Mittel und konkrete Massnahmen kann ein Unternehmen wie Frisch und Grün seinen Weg zum Erfolg planen und realisieren.